Wer möchte nicht einen Partner finden, der wirklich zu einem passt? Ich hatte heute gerade ein Telefongespräch mit einem jungen Mann und da ging es genau um dieses Thema. Da kam ich auf die Idee, noch einmal ein Video dazu zu drehen. Und in diesem Video habe ich eine Übung für dich mit drei Schritten, wie du noch besser herausfinden kannst, wie ein Mensch zu dir passt oder nicht. In einem anderen Video habe ich den Wahnsinns-Kribbel-Wow-Effekt beschrieben. Das kannst du dir gerne ansehen. Ich hänge es hier am Schluss dann noch an. Der Wahnsinns-Kribbel-Wow-Effekt, das ist dann, wenn die Schmetterlinge fliegen, wenn einem Sturm wird im Kopf, wenn man an den anderen denkt, wenn das ganze System voller Vorfreude und manchmal sogar etwas zu viel Vorfreude auf den anderen fast ausflippt. Vielleicht kennst du das. Also ich hatte das schon oft und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man das hat, dass es in den aller, aller, allergrössten Ausnahmen zu einer Beziehung führt. Meistens ist es so, dass man sich dann so komisch benimmt und so komisch verhält, weil man kaum atmen kann in der Gegenwart des anderen, dass daraus häufig nichts wird. Und das ist auch gut so. Denn würde etwas daraus werden, dann würde man diesen Eigenschaften, die man so wahnsinnig toll findet, am anderen hinterherlaufen. Und würde man dann im Verlauf der Zeit sich diese Eigenschaften selber antrainieren, dann würde der andere irgendwie überflüssig werden. Viel besser ist es, sich auf einen Partner einzulassen, der wirklich zu einem passt. Jemand, der ähnlich schwingt, mit dem man schweigen kann, mit dem man einfach sein kann und man spürt, es ist gut, wie man ist. Man muss nicht nervös sein. Das ist nicht ganz so aufregend, aber das Leben bietet ja noch ganz, ganz viel Aufregung. Und wenn man in sich ein gutes Team ist, das zusammenhält, dann kann man gemeinsam ganz viele aufregende Dinge erleben, ohne sich gegenseitig aufzureiben. Jetzt haben wir natürlich diese Faszination für gewisse Eigenschaften an Menschen, die uns anziehen. Und um diese etwas zu mindern oder das Gewicht nicht mehr so stark darauf werden zu lassen, habe ich diese Übung entwickelt. Wenn du so jemanden kennst und gerade so voll die Schmetterlinge im Bauch hast, dann frag dich mal, welche Eigenschaften sind es, die mich faszinieren am anderen. Wenn du niemanden kennst, dann stell dir deinen idealen Partner oder deine ideale Partnerin vor und mach auch da eine Liste, schreib dir auf, welche Eigenschaften das sind, die dich so faszinieren an anderen Menschen. In einem zweiten Schritt überlegst du dir, wie du diese Eigenschaften bei dir selber integrieren kannst. Wie kannst du es schaffen, diese Eigenschaften zu leben? Der dritte Schritt ist, mach dich auf, diese Dinge wirklich in deinem Leben umzusetzen. Kreiere dir Situationen, wo du gefordert bist, mutiger zu sein, wo du gefordert bist, selbstbewusster zu sein. Trainiere deinen eigenen Humor, trainiere deine eigene Lockerheit, deine eigene Fröhlichkeit, deine eigene Leichtigkeit. Weil wenn du all diese Dinge oder Erfolg, was auch immer du dir von einem Partner wünschst, wenn du all diese Dinge bei dir trainierst und die in deinem Paket hast, in deinem Rucksack, den du mitnimmst, dann hast du keine hohen Erwartungen an einen Partner und dann entsteht auch nicht diese innere Nervosität. Dann kannst du in aller Ruhe auf jemanden zugehen und er auf dich. Dann kann man sich auf einer ganz anderen Ebene begegnen. Da sind weniger Bedingungen an dem Partner, was er erfüllen muss, um jetzt dein Traummann zu sein, sondern es geht dann mehr um eine tiefe, innige Liebe und Freundschaft, die euch beide durchs Leben trägt. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Wenn dir dieses Video gefällt, dann abonniere jetzt gratis an CharlieTV, indem du hier auf diesen Knopf drückst. Dann verpasst du kein Video mehr, denn wenn du dich das nächste Mal einloggst, wird mein Video schon für dich bereit sein. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Bis bald!